Dieser Hadith, den wir hier vor uns haben, ich höre den Gesandten Allah sagen, was ich euch untersagt habe, das meidet. Dieser Hadith hat eine Ursache. Also der Prophet hat ihn aus einem bestimmten, dieser Worte aus einem bestimmten Anlass ausgesprochen. Und zwar wird überliefert bei Muslimen, bei Muslimen wird dieser Anlass überliefert. Ein Mann kam zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er ihnen gesagt hatte, ihr Menschen führt den Hajj aus. Das ist eine Aufforderung. Das ist eine Aufforderung, etwas zu tun. Und grundlegend, wenn eine Aufforderung gestellt wird, was versteht man denn darunter? Dass man das jedes Jahr machen muss? Wenn ich jemandem sage, hol mir bitte eine Batterie. Eine Aufforderung. Bedeutet das, dass er jetzt die ganze Zeit hingeht, eine Batterie bringt, dann wieder zurückgeht und noch eine bringt, bis ich ihm sage, stopp? Das versteht man nicht aus diesen Begriffen. Der Mann fragte, Ja, Rasulallah, jedes Jahr? Er hat nicht gesagt, jedes Jahr. Er hat immer nur gesagt, ja, Junaas, hujju. Er hat die Fragen, der hat jedes Jahr gesagt, weil die Saison des Hajj natürlich nur einmal im Jahr stattfindet. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, also er hat diesen Mann in einer gewissen Weise angeprangert und kritisiert für diese Frage, die er gestellt hat. Er sagte, ihr Menschen, wenn ich euch etwas befehle, wenn ich euch etwas verbote, dann meidet es. Und wenn ich euch etwas befehle, dann tut davon, was ihr tun könnt. Und dann hat er ihn nochmal direkt angesprochen, indem er sagte, Die Unmengen von Fragereien, sinnlose Fragereien haben diejenigen vor euch zugrunde gebracht. Und daher sagte er auch in einem anderen Hadith, in einem anderen Wortlaut dieser Überlebung, er sagte, Lasst mich, solange ich euch lasse. Ja, mit der Fragerei. Denn wenn ich euch etwas anbefehlen will oder zu etwas auffordern will, dann werde ich euch dazu auffordern. Übereilt euch nicht. Dieser Hadith deutet auch darauf hin, dass übermäßiges Stellen von Fragen eine nicht lobenswerte Handlung ist. Übermäßiges Stellen von Fragen, sinnlosen Fragen, die wir weder in Ferne noch in der Nähe nutzen. Oder Fragen, die keinen Handeln, kein Handeln zur Folge haben. Einfach nur so mal gefragt. Er will es gar nicht machen, aber er will es einfach nur wissen. Oder es sind Fragen, die überhaupt nicht zu Handlungen führen können. Wie zum Beispiel, hat Iblis geheiratet? Er hat Iblis geheiratet? Ich glaube, Al-Ahmash wurde über diese Frage gestellt. Und dann sagte er, er sagte, er sagte, das ist eine Heirat, an der ich nicht teilgenommen habe. Und einer fragte ihn, manchmal muss man auf dumme Fragen dämliche Antworten geben. Einmal fragte ihn jemand, ob er sich im Hatsch jucken darf. Weil wenn man sich juckt, kann Haare abfallen und so. Es ist ja nicht erlaubt, dass der Muharim sich rasiert oder so. Da sagte er, juck dich, bis du blutest. Oder einmal fragte ihn jemand, wie hast du geschlafen? Wie hast du geschlafen? Dann sagte er, komm mit, hat sich auf sein Bett gelegt und sagte so. Er sagte auch einmal, das hat jetzt nicht mit Fragen zu tun. Aber Al-Ahmash war so eine Persönlichkeit, die ihren eigenen Sinn für Humor hatte. Einmal hat er mit einem Freund gesessen. Er war aber auch sehr hart in seinem Charakter. Er war ein sehr grober Mensch. Außer zu seinem Tula war er sehr hart. Seine Schüler haben viel mit ihm durchgemacht. Er hat einmal mit einem seiner Freunde gesessen und hat ihm die köstlichsten Speisen genannt. Er sagte, ja, Fulan, willst du so und so essen? Ganz köstliche Speisen. Er sagte, ja, bitte. Er sagte, komm, gehen wir zu mir nach Hause. Dann ist er nach Hause gegangen und hat ihn zum Sitzen aufgefordert, hat ihm trockenes Brot gebracht und keine Beilage oder so. Er sagte, du hast doch eben von so und so gesprochen. Er sagte, ich habe nur gesagt, ob du das gerne essen möchtest, nicht, dass ich dir das anbieten will. Das Fragen sollte sich nur auf Dinge begrenzen, die irgendwie die Praxis betreffen, die wichtig für dich sind, die eine hohe Priorität haben, belanglose, sinnlose Fragen oder Fragen, die du nicht direkt umsetzen kannst oder gar nicht vorhast umzusetzen, sollten gelassen werden. Auch Fragen über Dinge, die noch gar nicht stattgefunden haben. Fragen über Dinge, die überhaupt nicht stattgefunden haben. Du weißt auch gar nicht, ob sie stattfinden werden oder nicht. All diese Dinge sind zu unterlassen. In dieser Zeit solltest du dich lieber mit anderen Dingen beschäftigen. Mit der Umsetzung von dem, was du verstanden hast. Oder das Begreifen von dem, was du noch nicht begriffen hast. Deswegen, Seyyid ibn Thabit, wenn er über etwas gefragt wurde, fragt er immer, Akan, ist es passiert? Ist es passiert? Ist es aufgetreten? Wenn man ihm sagte, nein, dann sagt er, dann frag, wenn es passiert. Und diese Art von Antwort haben viele deshalb praktiziert. Viele haben so geantwortet. Ein Mann fragte Ibn Umar, radiyallahu anhuma, über das, über das, den Istilam al-Hajr, Istilam al-Hajr al-Eswad, das Berühren des Al-Hajr al-Eswad, oder Taqbihl al-Hajr al-Eswad. Das Küssen des Hajr al-Eswad, das wurde Umar gefragt, warum man das tut. Umar ibn Khattab wurde darüber gefragt, naja. Und dann sagte er, er sagte, raayitu Rasulullah, sallallahu al-hiwad, yafaluhu, faqabbaltu. Ich habe den Prophet, sallallahu al-hiwad, gesehen, wie er das getan hat. Darum habe ich das auch getan. Fertig aus. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ibn Umar wurde gefragt, über das Berühren, des Hajr. Und dann sagte der Fragende, was ist, wenn ich gedrängt werde an der Stelle? Oder wenn es Stau gibt? Und dann sagt er, er hat immer die Frage so eingeleitet, araayita in zuhimd. Araayit. Was denkst du, wenn? Oder was ist, wenn? Dann sagt er, ijjal araayita bil-Yaman. Lass araayita im Yaman. Wenn du es tun kannst, tue es. Wenn nicht, dann nicht. Aber diese Frage, diese Frage, und der Tafri'i, wenn das, was dann, und wenn das passiert, was soll dann gemacht werden? Dieses übertriebene Fragen ist nicht gemocht. Masrug, er sagt, ich habe über etwas gefragt. Und dann sagt er, Uwe ibn Ka'ab, Uwe ibn Ka'ab, Uwe ibn Ka'ab ist einer der Qur'ah des Sahaba. Er sagt, akana ba'd, ist das schon passiert? Er sagt, nein. Dann sagt er, ajimmana. Ajimmana. Weißt du, was ajimmana heißt? Ajimmana heißt, dann lass uns so lange ruhen. Lass uns ruhen. Das deutet auch darauf hin, dass Fragen Unruhe auslösen können. Oder nicht? Fragen können Unruhe beim Gefragten auslösen. Unruhe besonders dann, wenn er tiefgründig nachdenken muss, manchmal bleiben Fragen hängen. Auch bei dem Gefragten bleiben sie hängen und er zerbricht sich darüber den Kopf. Obwohl es vielleicht im Moment gar nicht so driftige Gründe für diese Fragen gibt. Und deswegen sagt er, ajimmana, lass uns ruhen. Al-Ijman bedeutet al-Istiraha oder al-Iraha. Ja. Und deswegen sagt er, dann Faiza Khan, wenn es passiert, ajtahadna lakarayana. Wenn es passiert, dann werden wir uns bemühen, deine Frage zu lösen.